Pio, wo ist Penny? Wir sitzen gut, eh? Eins auch! Fünf Schiebe! Was machst du? Hier oben kam einer hinten! Hier oben kam einer hinten! Fünf Schiebe! Rapski, du musst dort hinten noch! Rutsch noch ein Stück, du Hippie! Damit er uns nicht hört! Hier ist keiner, das hält ich erst! Jetzt kommt noch ein Cut! Mach doch mal Bilder! Da filmt einer, Mann! Wer filmt? Das war der Kugel! Das ist jetzt gemütlich! Eins auch! Wärme, es ist gut! Ich hab's schon hinten, Mann! Ich hab's wirklich kurze Sachen an! Hätte ich mich verkleinert! Heiß, aber der hört uns! Ach, da sieht er uns! Der hört uns! Das ist ein Ratsack! Das ist ein Ratsack! Das ist ein Ratsack! Das ist ein Ratsack! Jawoll! 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 Ich will auch! Ich will auch! Ich will auch nichts haben! Das ist anstrengend! Schatz, gib mir mal ein Bier! Guck mal! Hier ist ein Bier! Oh! Oh! Ich sitze! Bier her! Ein, zwei, drei, drei... Hast du jetzt wirklich eine Baum-Party? Baum-Party die Zweite! Baum-Party die Zweite! Baum-Party die Zweite! Baum-Party die Zweite! Wie kriegst du meinen Gast? Spattel, hier ist noch Platz! Spattel! Aufbeißen! Spattel! Huch! Hier knackt was! Los, Fall! Ich filme! Nein, los, Fall! So weit, Junge, ich sei jetzt aber nicht gehen! Ich muss pissen! Oh! Oh! Feuer, Holz! Es geht gleich I-Ha nach unten! I-Ha! Ich muss pissen! Hey! So! Jetzt alle in die Mitte! Geheimatet mehr! Kommi! Ich kann mal wachsen! Wuuu! 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 Das ist der erste offizielle Baum-Party! Der erste offizielle Baum-Party! Sven läuft aus! So! Leute! Sagt mir mal, wo ist hier auf dem Baum die Toilette? Hier! Lass laufen! Im Keller! Hey! Im Keller! Da hab ich das letzte Mal schon runtergeschickt! Jo! Da stand hier unten 30cm um das Wasser! Warte! Gim hoch, ihr alle hoch, Jo! Ba! Papa! Tiii! Jetzt bricht der Baum zusammen! Knack! Schau mal noch ein bisschen Platz, Jo! Ich finde ich das geile, was zwischen die Beine ist! Während der Mitte steht... Ihr habt hier! Ja guck mal! Während der Mitte steht der Tür geduscht! Während der Mitte steht der Tür geduscht! Während der Mitte steht der Tür geduscht! Okay, dann würdest du das auf die Bierdusche machen! Ja! Verschwinde! Wenn wir jetzt alle den Bierduscht auf Morty machen, kriegen wir alle was ab! Na, da müssen wir richtig dranhalten! Ja! Ja!